Jo, Leute, was geht? Euer Schütze Futsu hier und ich begrüße euch zu einer Art neuem Guide, Tutorial, wie ihr es auch immer nennen wollt. Heute geht es um Warrior bzw. Krieger. Wir sind hier am Anfang erstmal in Gimp, erstmal werden wir so ein bisschen Theorie machen und danach werden wir einmal ingame gehen und ich werde versuchen, eine bestimmte Krieger-Combol zu kaufen, da das Problem ist bei Krieger, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Ich versuche so wenige Cuts wie möglich zu machen. Und ja, wir legen einfach mal los, weil ich rede immer gerne freie Schnauze, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dies, das. Aber ich hoffe, dann kriegt man es auch am besten mit. Ich rede auch persönlich immer so ein bisschen schneller, das hört man ja vielleicht auch ein bisschen, ist halt einfach so meine Art. Ich kann natürlich auch ein bisschen, also ich versuche, wichtige Sachen ein bisschen langsamer zu erklären. Und ja, fangen wir jetzt einfach direkt mal an. Also das Besondere ist, wenn ihr alle 10 Krieger kaufen würdet, die ihr hier auch sehen könntet, hättet ihr auch die Kombos, die ihr jetzt hier auf dem Bild seht. Ihr habt einmal die Cave-Clan-Combo, ihr habt einmal die Beast-Combo, die Mensch-Combo und einmal die Demon-Combo. Also was heißt Demon-Combo, ne? Ihr habt nur einen Demon auf dem Feld. So, das Besondere ist, die Cave-Clan-Combo gibt den beiden HP, sprich Leben. Beast-Combo gibt einen Einheiten Schaden. Die Mensch-Combo schafft es, den Gegner zum Schweigen zu bringen. Und der Demon, der macht halt einfach mehr Schaden. Oh, jetzt hab ich ihn recht, ich mach nicht schlimm, der macht einfach mehr Schaden. So. Das weitere Besondere ist, es sind ja nicht nur diese Einheiten, die was Besonderes haben. Wir haben genauso hier den Stone Spirit oder den Geist des Steins oder des Felsens. Ich hab immer so ein bisschen, ich hab immer so halb-halb Wissen von den Namen her, ne? Da weiß ich so ein bisschen englische Begriffe, so ein bisschen deutsche Begriffe. Und ja, genau. Den haben wir zum Beispiel, ähm, der ist ja auch Geist oder Spirit. Und da kann man natürlich auch andere Spirits und so weiter zu bauen. Das ist genauso, dass man bei Beast auch noch andere Beasts hinzubauen kann. Das Besondere ist, Leute, ähm, ich kann jetzt hier nochmal ein paar Sachen mehr einblenden, wartet. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Hier haben wir einmal den Glace-Clan. Oh, der ist ganz schön klein, das Icon. Ich hoffe, das sieht man. Ich mach's jetzt extra nicht größer, das ist er hier. Dann haben wir einmal, ähm, wartet. Also, ich bin so ein bisschen unvorbereitet, ihr kennt mich. Na, hier den Spirit. Ich mach ihn das mal hier, ihr seht so ein bisschen das Icon noch. Dann haben wir hier einmal die Marina. Oder Marine. Das ist er hier. Und, äh, einmal den Gott natürlich, den hab ich jetzt, äh, vergessen. Na, wo hab ich ihn? Da, zack, das Gott-Icon. Nur, ob ihr auch schon mal so ein bisschen die Icons kennenlernt, so ein bisschen was wisst. So, also, das sind alles Krieger. Und ja, wir können halt verschiedene Kombos aufbauen. Und das Besondere ist, es gibt halt bei den Spirits und bei den Beasts, hier zum Beispiel noch Assassins, als bei, äh, das ist, finde ich das simpelste, zum Beispiel. Wir möchten zum Beispiel von der Zweier-Biest kommen auf eine Vierer-Biest-Kombo erhöhen. Was brauchen wir? Wir brauchen also noch zwei Beasts. Und, die können wir halt uns ganz einfach holen. Ich muss noch kurz durch meine Ordner klicken. Ich hab mir nämlich alle Einheiten einmal in meinen Ordner. Ich zieh dann einfach das Bild rein. So, wir können hier zum Beispiel eine Assassin-Kombo gehen mit Beasts. Und, ähm, wir können halt dann zwar nicht eine 9er-Krieger-Kombo gehen, aber wir bauen das halt, man kann's immer so ein bisschen umbauen, variieren. Weil wir können nämlich, ähm, den Lord of Zen nehmen jetzt zum Beispiel. Äh, ja, kommst du rein, Lord of Zen? Da ist er. Ähm, ich muss ihn nochmal ein bisschen hochschieben. Ah, Leute, immer diese unvorbereitete Leute hier so. Da ist er. Den könnte man mit reinbauen. Da fehlt einem noch ein viertes Beast. Da könnte man jetzt zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur beispielhaft, den Poison-Wurm nehmen. Hätte man eine 4er-Beast-Kombo. Oh, wie soll das jetzt alles so lange? Da ist er. Ne, mit den 4en könnte man die Beast-Kombo aufbauen. Hätte dann, ähm, halt 4 Beasts. Davon sind schon mal 2 Krieger. Dann könnte man sagen, okay, man möchte den hier mit reinnehmen. Ich blende auch mal alle anderen, die wir jetzt nicht brauchen, einfach mal aus. Hier Swordsman braucht man nicht. Red Axe schief, brauche ich den Pirate. Könnten wir trotzdem gehen, wegen dem Werwolf würde man wahrscheinlich machen. Den Gott brauchen wir hier nicht. Den Doom brauchen wir gerade eigentlich auch nicht. Den Berserker nicht. Den Abyssel nicht. Und, ähm, die meisten Icons auch nicht. So, so und so. So, jetzt haben wir hier die 4 Beasts, die könnten wir drauf bringen. Dann könnten wir hier mit einer Menschen-Kombo, äh, zusammentun. Dann hätten wir jetzt sogar schon 4 Beasts. Und davon sind 3 Stück schon Krieger. Ne, dann hätten wir 4 Beasts, 2 Menschen. Ist ganz cool. Dann könnten wir jetzt hier ihn hier dazu packen. Den Stone Spirit. Hätten wir auch noch einen, äh, Krieger. Und zudem könnten wir ganz einfach, ähm, einen Water-Spirit oder einen Geist des Wassers hinzubringen. Und hätten die Spirit- bzw. die Geister-Kombo. So, jetzt mal als Beispiel nachöffnet er ihn. Da ist er. Den können wir mal drauf bringen. Dann hätten wir jetzt schon 2 Assassins. Und ab 3 Stück kriegen wir ja den Buff. Welche Einheit man dann als 3. Assassin nehmen möchte. Ähm, da muss man gucken. Ich gehe mal kurz, ähm, auf alle Einheiten. Ich habe ja noch, ähm, im Internet eine Seite offen für mich. Aber nur damit ich das, ähm, übersichtlicher sehe. Ich suche mir gerade, ähm, die Rassen noch nie bei raus. Wie ihr wisst, Leute, wie immer unvorbereitet. Jetzt kann man überlegen. Jetzt könnte man dazu, nämlich, jetzt kommt's, das finde ich das Besondere. Jetzt können wir sagen, wir nehmen hier den Abyssal-Crawler dazu. Der ist auch Marine. Ja, komm, Leta. Hier. Den könnten wir mit reinnehmen. Dann hätten wir hier die 3 Assassins. Hätten eine Assassin-Kombo. Hätten, ähm, hier die Beast-Kombo mit 4. Ne, die Geist-Kombo hier. Die Mensch-Kombo hier. Und hätten jetzt, äh, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten drauf auf dem Feld. Jetzt könnten wir wiederum sagen, unsere 9. Einheit wäre der Abyssal-Guard. Und, na, Leta. Das ist immer das Problem, wenn die Einheiten jetzt immer so lange warten. Er hier. Er ist auch Krieger, ist Abyssal. Oder Abyssal, ne, ja, nicht Abyssal. Was lagen denn? Ist Marine. Durch die beiden, ähm, geben unserem ganzen Team Magieresistenz. So, dann hätten wir hier nämlich dann die nächste Kombo. Wo habe ich sie denn? Hier, zack. Na, hier ganz klein, diese Fisch-Kombo. Hätten wir die beiden. Dann haben wir jetzt auch noch die Assassin. So habe ich die hier. Zack. Ne, hier gebe ich einfach mal ihm auf den Kopf. Ähm, und, ja, wie ihr seht. Ihr könnt so viele verschiedene Kombo-Sop-One. Hier ist dann das Besondere, ihr habt 3, 4, also ihr habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Krieger. Wenn ihr dann noch Stufe 10 voll macht, könnt ihr noch einen 10. Krieger nehmen. Wenn ihr zum Beispiel dem Beispiel, würde ich jetzt zum Beispiel, ähm, unseren, wo habe ich ihn? Unsern Doom-Arbiter zum Beispiel hier nehmen. Na, ich ziehe mal weiter nach oben. Ähm, wenn ihr auch wieder sieht, hier den Kollegen nehmen. Na, er ist ja hier Demon. Und, ähm, ja, hätten wir einen Demon, der sehr, sehr stark wäre. Hätten halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Krieger. Hätten den Krieger-Buff sehr hoch. Hätten hier den, ähm, Marine-Buff. Hätten den Geist-Buff. Hätten den 4er-Biest-Buff. Hätten den Menschen-Buff. Und das ist halt das Besondere an Kriegern. Ihr könnt mit Kriegern so viele verdammte Kombos aufbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das war jetzt nicht das Einzige. Ihr könnt dann vielleicht auch, ähm, abschweifen von den Kriegern. Und in Richtung wartet. Wir haben ja hier noch andere Krieger. Wir haben hier den God of War. Damit könnt ihr eine God-Kombo aufbauen. Ne, da braucht ihr nicht unbedingt andere Krieger. Aber ihr könntet ja natürlich einfach hier einen Werwolf dazu holen. Und, äh, den dazu holen. Dann habt ihr schon mal ein 3er-Krieger-Kombo. Ihr dürft halt, müsst dann halt aufpassen, dass ihr die nicht weiter kombiniert und so weiter, ne. Jetzt als Beispiel, weil, ne, God-Kombo muss man halt aufpassen. Das hab ich aber auch erklärt. Also, zu God-Kombo gibt's auch schon ein Tutorial. Nur nicht so ausführlich wie das hier jetzt. Aber ihr könnt halt, ne, mit Assassin's dann auch euch freien Lauf lassen. Ihr könnt auch einfach sagen, ihr wollt einfach nur 3 Krieger haben. Nehmt hier oben diese 3 Krieger, oh, den hier rein. Den hier und den hier rein. Habt dann hier diese beiden Kombos. Habt die Krieger-Kombo, die erste mit 3 Stück drauf. Baut dann nur noch, hier, die 4er-Biest-Kombo. Und dann nur noch Assassin's rein. Oh, nur noch Assassin's rein. Das könnt ihr auch machen. Dann ist aber noch das Besondere, worauf wir noch nicht eingegangen sind. Ich mach mal hier alles komplett weg. Einfach nur für die Übersicht her. Wie positioniere ich mich denn dann? Das ist jetzt das Besondere. Wie positioniere ich meine Einheiten am klügsten? Dazu kommen wir gleich. Ich cutte jetzt hier einmal, das war sozusagen die Einheiten. Das Video ist so ein bisschen im Detail. Ich werd wahrscheinlich auch am Anfang so ein Inhaltsverzeichnis oder so einblenden. Das seht ihr ja dann. Und ja, das war jetzt der erste Teil. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil. So, dann kommen wir jetzt einmal zum zweiten Teil. Wir gehen jetzt so ein bisschen Theorie durch. Hier haben wir jetzt einfach alle Ein-Gold-Einheiten einmal von den Kriegern aufgelistet. Den Red-Egg-Sheef, den Stone-Spirit, den God of War, den Task-Champion. Diese drei sind alles Ein-Gold-Einheiten. Das heißt, ihr könnt im Early euch ganz schnell eine Krieger-Kombo aufbauen, wenn ihr über diese vier Einheiten spielt. Ihr könnt dann zum Beispiel hier einen God of War mittig in der Front setzen mit einem Red-Egg-Sheef. Die beiden zusammen tanken sehr viel. Dann stellt ihr halt daneben, außen weiter hier noch den hier hin oder ihn hier. Ihn könnt ihr natürlich auch hier mit hinstellen. Dann ist es so, für zwei Gold haben wir hier dann noch einmal den Abyss-Guard. Da muss ich gucken. Und für zwei Gold haben wir noch den Swordsman. Und hier, wir kennen ja hier schon die Combo mit Swordsman, haben wir hier den Glacier-Clan, äh, Glacier-Clan, sag ich schon, den Cave-Clan, Entschuldigung, den Cave-Clan haben wir hier mit zusammen. Die beiden kriegen mehr HP, sind beides Krieger. Natürlich geht dann unsere God-Kombo kaputt, aber nur alles beispielhaft. Die könnten wir als Kombo verbinden. Könnten dann sagen, okay, es gibt ja auch noch drei Gold-Einheiten. Hier zum Beispiel den guten Werwolf. Und den können wir hier mit den Touch-Champions und der Beast-Kombo verbinden. Und können dann so langsam aber sicher unsere Kombo immer weiter und weiter aufbauen. Jetzt kommen wir auch mal so ein bisschen zum Positioning. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt so ein paar Einheiten habt, es gibt Einheiten, die setzt man eher mittig und dann gibt es Einheiten, die setzt man eher nach außen. Hier, den Red-Egg-Scheef und den God-of-War setzt man meist sehr, sehr mittig aufs Feld, weil einmal der God-of-War sehr, sehr viel tanken kann. Also er ist einfach so tanky. Und der Red-Egg-Scheef ist auch tanky plus seine Ulti. Zieht da die Gegner auf ihn. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Dota-Untest ist auf jeden Fall so. Er kriegt dadurch auch noch mehr Armor, wenn er ultet. Sprich, er ist auch übelst tanky. Die beiden als Tanks immer schön in der Mitte vorne rein. Dann würde ich euch empfehlen, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr nicht nur stumpf Krieger durchgehen wollt, sondern das ein bisschen kombinieren wollt, hier, es gibt auch den Water-Spirit mit dem Stone-Spirit. Angreifer können zu steil verwandelt werden für Sekunden. Kann man auch mittig platzieren oder kann man mittig sozusagen außen platzieren. Das geht natürlich auch, sodass man die beiden in der Mitte hat und die beiden dann außen daneben. Ist auch noch empfehlenswert. Es lohnt sich aber nicht, hier den Water-Spirit nach hinten zu setzen, obwohl er Assassin ist. Lieber in die Frontline, dass er schnell angegriffen wird. Und sein Ulti saft ihn halt dann später auch in die Backline weg. Er kann ja durch alle Gegner durchulten, er überlebt meistens den Schaden und kann dann, wenn er Lowlife ist, von hinten die Gegner noch angreifen. Sprich, das ist auch dann eine Frontline-Einheit mit dem Stone-Spirit hier zusammen. Sehr, sehr stark meiner Meinung nach. Man kann sie natürlich auch hier in Mittigheit setzen. Und ja, dann haben wir hier noch die Beasts hier unten. Ich lasse das jetzt einfach mal so hier stehen, die vier. Man sieht hier ungefähr, wo sie so hingehören, auf welchem Platz. Und dann haben wir hier noch zwei Slots und hier noch zwei Slots. Ich wollte aber nicht das Bild verschieben. So, dann haben wir jetzt einfach den Touch-Champion. Den können wir zum Beispiel hier hin platzieren, auf das vorletzte Feld. Und setzen ganz in die Ecke den Wehrwolf. Und warum setzt man diesen Wehrwolf in die Ecke? Das Problem ist, er hat eine bestimmte Zeit, wenn er dann die 100 Mana voll hat, braucht er eine bestimmte Zeit, bis er sich verwandelt. Sprich, bis noch zwei kleine Wölfe spawnen und er selber zum Wölf wird. Und er braucht eine kleine Zeit. Sprich, er sollte nicht von zu vielen Einheiten angegriffen werden, weil er sonst zu schnell stirbt und keine Chance hat, sich zu verwandeln. Sprich, den setzt er schön nach außen. Dann hat er, er braucht zwar noch ein bisschen länger, bis er sich verwandelt, aber er steht saver. Er kann sicher von außen auf die Gegner zurennen, ne? Wenn die beiden hier, oder wenn er hier und er hier vorrennen aufs gegnerische Feld, kann er hier von außen die Gegner angreifen und alle anderen Gegner greifen. Oh Mann, ich mach jetzt schon wieder Quatsch. Warte, ich nehm mal einen Stift hier. Aktgröße mal ein bisschen kleiner stellen. Äh, so. Ne, die Gegner greifen. Ach, ich soll vielleicht eine andere Farbe nehmen. Schwarz und, äh, hier das ganze Wort. Sprich, die Gegner greifen hier den an und, äh, den an. Und in der Zwischenzeit kann er hier von hier außen so hier reingehen. Ist vielleicht ein bisschen hässlich gezeichnet, aber er braucht halt den längsten Weg, bis er drin ist. Man kann deshalb, ähm, auch am meisten machen. So. Das einmal dazu. Ist natürlich dann noch so, wenn ihr vielleicht eine 3 Assassin Combo baut, den Lord of Sentia. Ne, oh Mann, ich versichere den Hintergrund. Sorry, Leute. Ne, der ist auch Assassin. Ist ähnlich wie der Morphling. Kann man meiner Meinung nach auch mit ein bisschen weiter außen dafür, ne. Hier so im vorletzten Feld oder im letzten Feld auch in der Frontline stellen, so dass er umhälten kann. Finde ich auch sehr, sehr cool. Da kommen wir jetzt noch weiter zu anderen Kriegern. Ich mach jetzt mal den weg. Dann mach ich hier den Waterspilot weg. Die beiden sind ja eh sehr tankig in der Mitte. Ich packe jetzt hier auch mal, wir packen jetzt mal alles so ein bisschen, äh, ordentlich an. Also sprich, hier, der hier steht ganz außen, der Werwolf. Nehmen der Tusk Champion. Dann steht, ähm, daneben der Stone Spirit. Müsste das vielleicht nur mal so ein bisschen, äh, so alignen und brauche ich den Tusk. Tusk müsste ich vielleicht da hinschieben. So. Dann der Redex Chief kommt hierhin, der God of War da. Dann haben wir hier vielleicht noch den Swordsman. Der Swordsman, den kann man halt auch mit dem Weltdeckschiff mittiger stellen. Ich würde empfehlen, den entweder sozusagen auf den dritten Platz außen oder hier, ne, auch vorletzten Platz zu stellen. Ganz mittig mag ich den nicht so, aber hier ist er, also auf den beiden Feldern ist er jeweils in Ordnung. Man muss selber wissen, wie die Gegner dann im Moment spielen, ne, und das darauf anpassen. Dann haben wir hier noch den Pirate Captain. Der ist schwer zu setzen, meiner Meinung nach, weil der muss ulten, um, äh, stark zu sein. Wenn ihr ihn Stufe 2 habt, könnt ihr ihn sehr, sehr mittig platzieren. Ansonsten würde ich ihn hier auf so einen vorletzten Platz setzen, dass er schon ein bisschen vielleicht in den Fokus gerät, aber nicht so stark wie die mittigen Einheiten. Kommt auch darauf an, wie der Gegner sich platziert, ne. Da müsst ihr auch immer nur ein bisschen darauf achten, natürlich, wenn der Gegner alles hier in der Ecke setzt und er ihn dann angreift, ist natürlich auch nicht gut, dann müsst ihr ihn vielleicht auf eine andere Seite setzen, doch mittig, ne. Das ist nur ein bisschen umsetzt, aber wir gehen uns davon aus, dass alle sich über die Mitte aufbauen. Das ist halt gerade das Besondere. Ne, dann würde ich den hier ein bisschen weiter außen platzieren, da steht da ein bisschen sicherer, ist in Ordnung, ne. Dann kann er ulten in Ruhe, kann auch Schaden machen, alles nice. Dann haben wir hier den Berserker. Der Berserker hat eine sehr, sehr hohe Range. Sprich, der gehört niemals, auf keinen Umständen in die erste Reihe. Wenn ihr doch gezwungenermaßen ihn in die erste Reihe stellen müsst, weil aus irgendwelchen Gründen eure zweite Reihe voll ist, immer nach außen. Entweder nach außen oder wirklich hier in die zweite Reihe nach unten. Das ist doof, dass der von einem überdeckt wird, hier in die zweite Reihe nach unten. Ihr dürft ihn nicht in die Frontline stellen, sonst stirbt er zu schnell. So, dann nachher, den hier habe ich vergessen, den er bis jetzt gerade, der kommt auch noch. Den könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt. Also mittig, vielleicht nicht ganz, aber ab der zweiten mittigen Position hier sozusagen, also der dritt außen, der zweit außen, eins außen, könnt ihr ihn überall hinstellen. Seine Ulti zieht den Gegner Rüstung weg, er kann ihn noch umbolzen und geht zum nächsten Gegner weiter. Kann man natürlich auch gut von außen reinkommen lassen, in die Gegner, ne. Aber ich mag es, wenn er schnell Schaden frisst, schnell Mana hat und schnell ulten kann, damit einfach ein Gegner schneller rausgenommen werden kann. Ich packe ihn jetzt mal nach hier unten, der steuert da gerade so ein bisschen. Wir gehen weiter hier einmal, oh, hier einmal weiter zu dem guten Doom Arbiter oder Doom einfach nur. Dem, ich persönlich, das empfehle ich so, ich stelle ihn immer gerne nach ganz außen. Ich stelle ihn nicht irgendwie hier mittig oder so, ich stelle ihn immer gerne nach ganz außen. Der doomten Gegner, sprich, ein Gegner kann nichts mehr tun, am bestärksten wird er erst ab Stufe 2, also es ist wichtig, den Doom Stufe 2 zu kriegen, damit ihr sein Potenzial auch ausschöpfen könnt. Stufe 1 ist ja meiner Meinung nach viel zu schwach. Versucht ihn schnellstmöglich Stufe 2 zu kriegen. Ne, und ich setze ihn immer gerne außen hin, kommt natürlich auch so ein bisschen an, die Zweitposition hier ist auch noch in Ordnung, aber ich persönlich habe ihn lieber gerne, äh, am liebsten hier gerne ganz außen. Dann ist natürlich auch noch was Besonderes, wenn ihr hier so einen Bärserker habt. Es gibt noch einen Punkt, ab wann ihr den in die erste Reihe stellt, nämlich wenn er gegen zum Beispiel Assassin spielt und eh in eure Backline springt, dann würde er ja zuerst sterben. Weil wenn er jetzt hier hinten rumsteht und euer Gegner hier mit einem Lord of Zen kommt, der steht hier hinten, springt bei euch in die Backline rein und greift euren Bärserker an und euer Bärserker greift irgendwo hier vorne bei den Gegnern im Ziel an, dann stirbt er sehr, sehr schnell. Also wenn ihr gegen viele Assassins oder sowas spielt, dann müsst ihr ihn unbedingt in die erste Reihe mitstellen. Da ist er dann nicht safe. Dann würde ich lieber in die hintere Reihe, sowas wie den, ähm, jetzt lasst mich lügen, sowas hier wie den Schwertkämpfer noch mitstellen und dann vielleicht den Piraten, äh, Käpt'n. Einfach nur aus dem Grund, dass die beiden vielleicht dann so ein paar Assassinen schon mal rausschnetzeln, vielleicht so ein bisschen tanken, bisschen CC'n und so weiter. Und ja, das einmal dazu. Das weitere, ne, muss man dann auch abwägen, wenn der Gegner zum Beispiel viele Mages spielt, was mache ich mit meinen Kriegern, weil meine Krieger haben viel Rüstung. Ne, dann würde ich ihn eh spielen und dann müsst ihr halt, wie ich vorhin erklärt habe, vielleicht diese Assassin-Kombo hier mit dem hier zusammenspielen. Dann habt ihr auch ein bisschen Magieresistenz in eurer Krieger-Kombo ist meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Und ich gucke gerade, habe ich irgendeinen Krieger vergessen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, wir haben über alle gesprochen, wie ich sie ungefähr hinstellen würde. So würde ich es euch auch empfehlen. Natürlich, es gibt noch viele weitere Variationen, ne. Man könnte jetzt hier mit dem Cave-Clan weiterarbeiten, dann noch über Hunter gehen und so weiter. Wir gehen jetzt gleich in-game und schauen mal, was wir daraus machen können. Ich werde da nochmal genau auf das Positioning eingehen, wie ihr auch. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrt, weil ich glaube, ich bin nicht so gut darin, eine genaue, gerade Linie zu finden in meinem Video, aber ich hoffe, es ist verständlich. Also, wir sehen uns gleich wieder im dritten Teil des Videos, nämlich zum Gameplay. So, dann sind wir jetzt einmal in-game. Ich werde jetzt hier mit dem Kriegscot anfangen, sozusagen, da wir ihn jetzt als erstes mit Kriegern verbinden können. Ich bringe ihn jetzt einmal drauf. Gott-Kombo bringt uns jetzt halt gerade noch nicht so viel, ne? Aber Hauptsache, wir haben da schon mal unsere erste Einheit. Von daher passt das schon mal so weit, würde ich behaupten. Ich finde es meiner Meinung nach ideal hier auf dem Feld. Ich wollte gerade eben schon mal aufnehmen, wir sind mittendrin im Ranglisten-Game die Aufnahmen abgespielt. Ich spiele gerade noch ein zweites Ranked. Aber die erste Runde lief dann noch nicht so gut, oh, wir haben mir geschrieben. Fridays, whoo, wie lange geht deine Runde? Uff, gerade angefangen. Ich bin Runde 1. Ah, unlucky. Aber wie gesagt, wenn ich Ranked spiele, ist eh egal, wie lange meine Runde dauert. Und, ähm, ja. Na, wir wollen jetzt hier eher mehr Tutorial gehen. Wir haben hier jetzt schon die erste Einheit von den Kriegern Stufe 2. Und, ähm, Angriff verringert die Magieresistenz des Gegners. Okay, ich weiß nicht, ob das hier die Ultias Angriff zählt. Von daher lassen wir es hier einfach alles mal so, wie es ist. Eierst Stufe 2. Jetzt können wir natürlich irgendwie noch eine zweite Einheit draufbringen. Haben wir gerade nicht. Ah, ihn hier Stufe 2 zu haben. Damit haben wir von den Kriegern her schon die Kombo sozusagen uns gesichert. Ihn so früh Stufe 2 zu haben. Wir können jetzt vielleicht so, also wir könnten eigentlich Gott-Kombo gehen, aber Gott-Kombo habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Deshalb werden wir das jetzt hier an der Stelle nicht machen. Und das seht ihr einfach da dann. Ähm, werde danach auch nicht weiter spielen. Nur schon mal, ähm, nicht weiter, äh, nicht weiter spielen. Sorry Leute, dass ich hier kurz nebenbei schreibe, aber, ähm, so freundlich bin ich mal. Hier haben wir jetzt, ähm, uh, Krieger ohne Ende. Ich, die beiden sind mir wichtiger als er hier. So, jetzt haben wir unsere erste Krieger-Kombo. Jetzt werde ich, ich werde, ich werde die beiden gerne mitnehmen. Ich save mir das mal. Ähm, muss das so ein bisschen abwägen, weil man saved war nicht. Hier würde ich sagen, saven wir. Die beiden sind beide nützlich. Erst war Hunter, aber erst auch Cave-Clan, wie er hier, ne. Haben wir gleich darüber die Combo, können vielleicht ein Hunter reingehen und ähnliches. So. Zack. Das Item ist ganz alt, eingriff erregert, die Rüstung des Gegners, ne. Und was hat er hier? Was wollen wir mal zusammen? 2 vs. 2 vs. 2 vs. 2 spielen. Ach, ich antworte später, wir sind jetzt in der Aufnahme. Ich hoffe, das verzeihst du mir, Crisis. Du siehst ja wahrscheinlich auch die Aufnahme hier. Äh, ist gerade ein bisschen unlucky. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Ähm, HP, aber er weiß eigentlich auch, dass ich aufnehme. Das Saying. Ich weiß das ja eigentlich. Ich nehme eigentlich immer auf, wenn ich hier spiele, aber ist egal. Werd ihr dann antworten gleich. Das ist immer so komisch. Ich hasse das, wenn ich jemanden nicht antworte, aber passt gerade halt nicht in dem Tutorial. So. Na ja, also kommen wir jetzt hier wieder zurück. Wir haben hier die drei Krieger. Ähm, haben den Kriegsgurt vorne hier in der Front mittig. Da wird er auch über das ganze Game wahrscheinlich bleiben. Oder, wenn wir uns vielleicht über eine Ecke campen, wird er wahrscheinlich oben rechts in der Ecke sozusagen vorne stehen, der der erste Ansprechpartner für die Gegner ist. Ähm, in dem Falle hier auch. Oh, ist das hier nicht eigentlich auch der Kurier, wenn man Bischof schon ist? Ich bin ja irgendwo hier, oder? Ne, ne, ich bin gerade falsch. Ne, der ist auch Springer 4 wie ich. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre lustig gewesen. Kommen wir mal ein bisschen vom Thema ab, aber so bin ich halt, ne, Commentary mäßig. Ihr wisst. Wir nehmen den mit auf jeden... Vorhin nehmen wir den mit. Ne, wir nehmen nichts mit. Wir leveln lieber auf, weil jetzt können wir nämlich ihn hier einmal mitbringen. Den bringe ich hier gerne in die Ecke. Können den ruhig daneben stellen. Wollte sagen, den bringen wir hier ein bisschen mehr mit hin. Doch den lassen wir hier so ein bisschen mittiger stehen. Er kann ruhig zuerst sterben, dann eher. Ist okay, wenn die so nacheinander tanken. Das müssen wir mal schauen. Das hier wird auf ihm keinen Sinn ergeben, aber auf ihm. Und der Angriff verriert die Magie des Gegners. Magie Resi des Gegners verringern. Bringt mir auch im Moment auf den Einheiten auch nichts. So, mein Gegner hat auch ne Krieger-Kombo. Wir können jetzt mal schauen, wie viele Leute haben jetzt schon ne Krieger-Kombo. Wir haben ne Krieger-Kombo. Der hat ne Krieger-Kombo. Der hat ne Krieger-Kombo. Aua. Drei Leute, die jetzt schon ne Krieger-Kombo haben. Da könnte vielleicht sogar noch ein Vierter dazukommen. Sprich, Krieger sind gerade hart umkämpft hier in dem Game. Aber, dass wir den Kriegswert hier schon Stufe 2 haben, sollten wir dafür in die Richtung meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen haben, dass da alles funktioniert. Oh, wir ziehen hier auch Krieger vom Feinsten. Also, wir ziehen hier gerade die Musterlösung sozusagen zusammen. Jetzt bin ich halt überlegen, den nehme ich raus. Dafür setze ich ihn rein, aber den nehme ich nochmal raus. Dafür kommt er doch wieder rein. Er kommt raus, er hier ist nämlich stärker. Zack und zack. Den dahinter. Und ja, wenn wir jetzt halt Stufe 6 haben, wollte ich auch erstmal auf 6 Krieger gehen. Ohne den Hunter. Lohnt sich halt dann erstmal nicht mehr. Und 6 Krieger, ne? Alle Krieger haben dann plus 12 Rüstungen, einmal die plus 5 und einmal die plus 7. Wollen wir halt einfach haben dann, ne? Deswegen, in 3 Runden sind wir dann soweit, dass wir aufleveln, 6 Krieger aufs Feld bringen. Gleich leveln wir die jetzt nochmal so ein bisschen oder irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. Es kann auch so sein, wenn ich jetzt passend Gold habe, dass ich vielleicht nochmal ein paar Einheiten verkaufe und dabei kann auch hier der Totenkopfjäger sein. Ne? Ich bin ja jemand, der spielt sehr stark auf Interest und, ähm, hofft darauf, dass er über sehr viel Gold, ähm, sich sehr, sehr gut stellen kann in der Runde. So. Ja, jetzt ist hier nämlich ein Punkt, von den Einheiten möchte ich nichts kaufen. Ich verkaufe den hier, hab meinen Interest zusammen, stelle dafür, äh, den Red X G4 hin. Jetzt hier, wen gebe ich denn hier, ihm gebe ich die Rüstungsdrechnung, weil er auch, äh, das Ziel, was er angreift, sollte gut auf die Fresse fliegen dadurch. Drücke hier mal so, ach ne, ich rücke hier nichts auf. Ich lasse die alle so stehen ruhig, ihn ruhig hinter, den Kriegsgott meiner Meinung nach. 10 Gold, wir hätten jetzt natürlich auch schon längst aufleveln können, aber da ich, meiner Meinung nach, so stark bin, dass ich hier jeden eigentlich pläten sollte, da ich jetzt den Kriegsgott 2 hab und dahinter ein Berserker stehen hab, ähm, ja, sollten wir meiner Meinung nach so fein sein, dass wir hier, äh, gut durchkommen. Ja, mein Berserker hinten macht den, äh, Zool Reaper, obwohl der Zool Reaper gut mitgehalten hat, muss man ja sagen. Äh, wenn man Kriegsgott das weiter gut tankt, ah ne, da kamen Wölfe von hinten, ah, schade für meinen Berserker, der kann dabei noch drauf gehen, er geht nicht mehr drauf, guck mal, der ist perfekt umgetankt worden, sehr, sehr stark für uns, haben wir jetzt hier sogar schon unseren ersten Interest noch bekommen, hier, die Einheit sogar noch, ähm, aufgelevelt, sprich, wir nehmen dafür raus den hier, bringen ihn drauf, drücken ihn auf, setzen ihn, ähm, sozusagen, hier vorne mit rein, dass die beiden Stufe 2 am mittigsten stehen, danach er hier, weil er noch Stufe 1 ist und ganz außen halt mit er hier, ihn hier, wie gesagt, in der Backline, außer natürlich ist, oh, nicht so weit hin aus, das kommen natürlich jetzt alle mit Assassin's an, das sehen wir hier auch, hier sind nur eine, hier sind nur zwei Leute Assassin's Spieler, so, ab vier Assassin's Spieler würde ich vielleicht überlegen, den mit in eine Frontline zu setzen, hier in dem Fall, in meiner Meinung nach, nicht, hier, es haben so viele Leute Krieger mitgekauft, ne, das ist sehr, sehr gefährlich, hier der Wehrwolf, das ist mir die wichtigste Einheit, da haben wir jetzt gerade mal kurz rausgekickt, was meiner Meinung nach sehr gut ist, weil er wird jetzt so spät ulten, dass er damit auch nicht mehr viel reißen wird, oder doch, wird er noch viel mit, er kann vielleicht noch was mit reißen, aber hier unser Berserker, er steht halt so safe, ne, wenn der Gegner keinen Assassinen hat, ist der so safe, ne, dann müssen wir halt vielleicht abwägen, vielleicht dann doch nochmal mit in die erste Reihe setzen, müssen wir mal schauen, ist halt gefährlich, wenn uns dann ein Gegner entgegenkommt, aber wie ihr seht, wir haben 100% noch, ist halt einfach nur Krieger, meiner Meinung nach sehr, sehr stark, und, jo, jetzt haben wir genau 25 Gold, hier haben wir auch jetzt keine wichtige Einheit dabei, das passt gerade perfekt, hier klicken wir uns jetzt selbstverständlich hoch, haben schon 5 Krieger, jetzt kommt der 6. aufs Feld, wenn wir jetzt eine Wehrwolf-Kombo aufbauen könnten, würden wir es natürlich tun, da wir es nicht haben, 2 Gold Einheit ist immer meistens stärker, als eine Stufe 1 Gold Einheit, wenn ihr dadurch keine andere Kombo kriegt, ne, der hier ist mir sogar fast schon wichtiger, hier, mit der schneller ultet, der hier ist nicht so wichtig als Einheit, kann ruhig außen stehen gerade, ihn hier, oh, ihn hier möchte ich nicht ganz außen haben, den Meereswächter, dann wird er halt wirklich ultet, und jemand hier die Rüstung kaputt macht, ah, hier gerade ihm hier, unser Meereswächter macht ihm die Rüstung kaputt, und wir können ihn endlich umböllern, natürlich sehr, sehr stark, in der Rüze für 20 Sekunden Rüstung, eine zufällig feindlichste, ach, zufah, ich dachte, die, die er angreift, komisch, okay, aber wie ihr seht, wir machen hier unsere Winning Streak komplett durch, wir haben halt unsere Krieger gut gezogen, und wir können jetzt halt auch jederzeit auf so ein paar andere Kombos umschwenken, ich nehme den jetzt zum Beispiel mal mit, weil es hat gerade gepasst, auch wegen dem Interest, und dann schauen wir jetzt mal, was wir alles so machen können, ich bin dann nämlich an dem Überlegen, wie viel möchte ich rerollen, wie viel möchte ich aufleveln, wann möchte ich 50 Gold haben, und das ist halt ein schwieriges Zusammenspiel, wir kriegen halt auch jetzt einen Winning Streak, und dadurch machen wir so viel mehr Gold, als die anderen Spieler, dass wir meiner Meinung nach sehr schnell auf 50 Gold jetzt gehen sollten, schnell dann auf 7, oder beziehungsweise schnell auf 8 aufleveln sollten, und dann darüber spielen, ganz einfach gesagt, hier ist das Problem, ich könnte jetzt natürlich hier einheiten verkaufen, um schon wieder auf 30 Gold zu kommen, aber meiner Meinung nach lohnt sich das nicht, warte mal für den Sieg, ach, jetzt Mobrunde, ich glaube, bei einer Mobrunde geht trotzdem die Siegesserie dazu, ich glaube so stark ist das mit dem Mops, ja wie gesagt, wir haben jetzt hier das Musterbeispiel mit den Kriegern gerade, ich wollte eigentlich Krieger noch vielleicht, vielleicht dann mit Assassin's, wie ich erklärt habe, kombinieren, oder vielleicht auch mit den, mit der 4er Cave Clan Combo, kann man es auch kombinieren, oder mit Huntern kombinieren, dann über den Cave Clan, ist alles möglich, dann habt ihr vielleicht am Ende nur 6 Krieger, oder 3 Krieger, aber ihr habt eine Grundbasis von Kriegern, die euch viele Kombos ermöglichen, Krieger geben viele Grundbasen für Kombos, das ist das starke meiner Meinung nach an Kriegern, deswegen kann man Krieger auch so gut spielen, so, ich kaufe hier ein, den, ähm, und den, Droiden, wenn ihr genug Gold habt, und keinen Inches gefährdet, nehmt Droiden ruhig mit, wenn ihr nichts Besseres zieht, weil wenn ihr zweimal das Unicorn, bzw. das Einhorn zieht, und die zusammen craftet, kriegt ihr ein Gold geschenkt, hört sich jetzt doof an, so, hä, ein Gold geschenkt, was bringt mir das, kann manchmal Interest ausmachen, sprich, dann kriegt ihr irgendwann noch ein Interest mehr, habt ihr schon 2 Gold raus gemacht, und später, wenn dann jeder eine Zinsen, und Zinsen und Zinsen kriegt, hat es sich vielleicht am Ende so garantiert, weil ihr danach die Runde, durch dieses eine Zinsen, in der Vorrunde mehr, dann da wieder mehr Zinsen kriegt, und so weiter und so fort, also jedes Gold ist in Autoschess entscheidend, wir haben jetzt natürlich auch, ähm, ja, unnötiges Gold auf der Bank, ne, hier 3 Gold und hier 2 Gold, 5 Gold sind das, aber da ich nicht 3,5 Gold nach Rundenende kriege, bringe ich mich das nicht weiter, oh, und die Runde hier wird knapp, wegen dem, wegen dem Viech, ja, ey, Mann, ne, das Polz ist uns komplett kaputt, okay, der Doktor Game hat uns so Winning Street kaputt gemacht, aber wir haben schon mal 30 Gold uns gesichert, sind meiner Meinung nach sehr, sehr stark damit schon, und, äh, ja, wir können den jetzt, hier, wir können jetzt hier das Einhorn kaufen, können jetzt ihn kaufen, ihn kombinieren, aber ich glaube, dadurch kriegen wir keine 5 Gold für, oder? Wir kriegen nur die 4 Gold für, wir hauen ihn wieder raus, ist uns egal, brauchen wir nicht, ihn hier machen wir auch raus, sag, beiden wir die hier noch, äh, beiden den auf der Hand, und, ja, sind dann nächste Runde schon auf 50 Gold mindestens, können auch mit einem Sieg auf 51 Gold gehen, kommen natürlich dann darauf an, was wir ziehen, ne, wenn wir gut ziehen, gehen wir natürlich doch nochmal runter von dem Interest, oder wir saven die Hand, und, ja, vom Positioning gerade kann ich nicht mehr erklären, ne, wie gesagt, ein Berserker Backline, den Rest vorne, oh, wir kämpfen gerade gegen den Afkala, hier ist ein Freilos gerade, ne, wir gehen jetzt auf, doch, wir gehen auf 51 Gold hoch, ist natürlich gut, wenn wir jetzt noch eine Gold Einheit ziehen, die wir vielleicht später nochmal, äh, aufleveln wollen, den hier können wir auch jederzeit noch verkaufen, sehe ich gerade, äh, ich rück das hier mal auf, hier sind die wichtigsten Einheiten sozusagen, dann geht's abwärts, äh, hier, die beiden könnte ich jetzt jederzeit verkaufen, natürlich auch immer angenehm, wie gesagt, Minusgeld machen, wenn man es schafft, den können wir mal kurzzeitig mitnehmen, weil, macht keinen Unterschied, den verkaufen wir jetzt aber direkt wieder, ist einfach nur so, dass man einmal kurz den Pool ausgedünnt hat, auch wenn es nur meine Figur ist, aber wenn das jeder macht, ne, kann jeder irgendwie seine Einheiten, die er vielleicht versucht zu ziehen, er hat ziehen, deswegen machen wir dann natürlich, äh, das auch mit, klingt wirklich manchmal nach ein bisschen komisch, wenn man eine Einheit kauft und sagt, äh, ich dünne den Pool aus, aber, äh, Kleinigkeiten in Autoschess sind auch wichtige Dinge, wenn man das einfach nur so stumpf spielt, ohne Taktik, ähm, fliegt man meiner Meinung nach komplett auf die Fresse, und deswegen haben wir den jetzt gekauft, hat uns nichts gebracht, wie ihr seht, wir haben nur Müll gezogen, also kicken wir ihn wieder, vielleicht lieber ihn hier, finde ich fast schon stärker als, ähm, den Drachen gerade, weil Drachen-Kombo werden wir nicht gehen mit unseren Kriegern, könnten wir, wir könnten, aber zum Drachen gehören eigentlich hier die Ritter, ist besser für den Dragon Knight, Kriegern wäre das einfach hörenrissig, wenn ich das hinterfragen würde, und eine Erklärung möchte, dann so, hä, eigentlich, warum, ne, so, braucht man nicht, so, hier sollten wir auch gut durchkommen, ich möchte halt langsam auch meine Einheiten aufleveln, ne, aber gleichzeitig möchte ich auch mein Level insgesamt erhöhen, nur damit ich dann halt mehr Einheiten setzen kann, wäre mir schon wichtig, ich glaube, hier komme ich auch noch gut durch, wie gesagt, den Werwolf, den müsste ich halt auch ziehen, aber wir sind halt viele Kriegerspieler, ne, wir kämpfen alle sozusagen in dem Pott rum, und, ähm, ja, wir verlieren hier sogar, oder? Der Bär, ne, der Bär ist eigentlich mein Kriegsgott, hm, der hier kippt um, ne, schaffen wir nicht, die Runde geht an den, die schaffen wir nicht, äh, leider, ne, leider nicht, aber ist okay, so schlimm ist es nicht, wenn wir so ein bisschen verlieren, wir sind ja sogar immer noch erster, hier haben wir unseren nächsten Krieger im Übrigen, hier haben wir nochmal so einen Druiden, mehr geben wir da nicht rein, leveln einmal schon mal weiter, den setzen wir jetzt aber rein, für, nicht für den, sondern für den Meeresfechter, drücken den aus, setzen den hier hin, und haben jetzt natürlich damit eine starke Einheit, mich nervt das natürlich, dass das jetzt hier so leichtet, aber wenn ich jetzt gleich noch einen Einhorn ziehen würde, hätten wir halt Plusgold gemacht, ne, so, deswegen tauschen wir die beiden hier auch mal, die drei unten, oh, ja, hier, den nach da, so, das ist alles ordentlich angeordnet ist, die beiden würde ich halt gerne aufleveln, wird dann gerne halt, wie gesagt, den Werwolf hier zu ziehen, dann das Positioning bisschen ändern, wie gesagt, den Doom habe ich weiter nach außen gestellt, den habe ich sehr gerne am Leben, der macht guten Schaden, und der hier ist halt weniger wichtig, weil man sieht schon hier, wo ist er, 115 Schaden, und der Schwertkämpfer 67 Schaden, ne, da ist schon der erste Unterschied, ne, dieses, ne, deswegen den Doom, immer selber stehen, und den Weltuntergangsrichter, wie man es sagen möchte, ne, weiter außen stellen, damit der nicht so schnell stirbt, und trotzdem genug Auto-Attack-Damage macht, und auf Stufe 1 ist er zwar, bin ich zwar auch nicht so ein Freund von, aber er ist stärker als der Meereswächter, guck mal, prediktet, ne, kaufen wir, haben wir ganz gern 2 Gold für gezahlt, verkaufen wir für 3 Gold, haben wir 1 Gold plus gemacht, Levin hier an der Stelle einmal auf, bringen wieder erstmal den Meereswächter drauf, weil wir gerade nichts besseres gezogen haben, jetzt war schon gerne jetzt hier sowas, wie ein, ähm, Giraten-Captain, oder noch ein Berserker, so dass ich den vielleicht auch langsam auflevel, ich will sogar im Moment noch einen zweiten drauf bringen, ich will sogar, ähm, die Cave-Captain-Kombo sozusagen dafür opfern, weil 1 Gold und 2 Gold Einheit ist halt, äh, sehr, sehr billig, ist halt ein bisschen schwierig, oh, jetzt habe ich auch auf die Wolf-Runde nicht geachtet, wenn ihr darauf achtet, ne, bringt einen Berserker in Sicherheit, wenn ihr schon einen habt, hier, ne, ich habe jetzt einen Anfängerfehler gemacht, ich habe einen Berserker nicht in Sicherheit gebracht, er stirbt wahrscheinlich mit als erstes, ich hoffe, wir überstehen die Mob-Runde trotzdem, weil wir stark genug sind, aber, ähm, man weiß nie, ne, man kann nie wiesen, so, Lederrüstung, sehr schön, rüste immer gerne den Kriegsgott noch aus, weil er ist eh schon tanky, und wenn du einen Tank noch tankier machst, äh, ja, macht da keiner mehr was gegen, so, ich gehe auch mal ein bisschen weiter wieder weg von meinem Mikro, ich hoffe, ich bin nicht zu laut, wenn ich euch jetzt die Ohren, äh, komplett kaputt jauen ab, tut mir schon mal leid, oh, Redex schief, können wir einmal aufleven auf dem Feld, hier ist endlich der Werwolf, ähm, jetzt überlege ich gerade, den nehme ich runter, ähm, die rücke ich auf, ich bringe ihn auch runter, obwohl ich, ähm, gerne, die, ähm, Cave-Clan, äh, Cave-Clan-Combo hätte, aber die Biest-Combo ist einfach stärker für das gesamte Team, so, dich hier drauf, zack, äh, noch eine Lederrüstung, packen wir mal hier auf den Redex schief ruhig, äh, kann auch nicht schaden, ach, ne, das gibt, das verteilen wir noch nicht, das behalten wir noch, das Besondere ist auch, ich glaube, wir haben bis jetzt jeden, äh, Krieger mitgenommen, den wir gezogen haben, und deshalb, ja, sollten wir soweit auch erstmal keine Probleme damit kriegen, dass wir, äh, dass wir irgendwas vergessen haben, oder sonst was, überlegt gerade, habe ich irgendeinen Krieger ausgelassen, und nicht gekauft, wenn ich jetzt auflevenen würde, könnte ich da sogar schon die 9er-Combo voll machen, mir fehlt da nur der Piraten-Captain, und das war's, ne, also dann hätte ich alle 10 Krieger, 10 Krieger ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne, macht man eigentlich nicht, will ich auch eigentlich nicht, aber, wenn es sich wirklich so ergeben sollte, dann ja, so, jetzt rewinden wir hier einmal, ja, toll, kriegen hier den Kriegscot nochmal, kriegen uns gerade sehr, 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 sehr wenig, habe schon eher überlegt, ob ich die Druiden hier einfach nochmal mitnehme, weil so ein, ähm, Klaue heißt da, glaube ich, Stufe 3, na, wäre auch ganz cool, hätten wir noch eine bessere Biest-Combo, vielleicht können wir den Task rausnehmen später, Task Stufe 1 ist halt, äh, ja, lächerlich gerade, ne, also, ein Gold-Einheit so stehen zu haben, ist tut weh, da habe ich lieber, ne, die auf Stufe 2 aufgelevelt, die, äh, ein Gold-Einheit, und es läuft besser und so, na, meh, 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 aber ihr seht von Positioning, ich habe den Werwolf ganz nach außen gepackt, dann neben den Doom, so sollte man es auch eigentlich machen, der hier hat uns eben gerade schon mal gemacht, wenn wir den hier, äh, wenn wir gegen den hier was unternehmen könnten, wären wir glaube ich stärker, aber da wäre das nicht können, äh, Bolzstein es wieder um, passt aber, hier, ich verkauf den schon mal, Level schon mal, ach, ich komme die beiden, haue ich auch schon mal raus, Level schon mal, zack, und, oh, jetzt haben wir das Wort, nur für vier Wochen, interessiert mich eigentlich nicht, ich habe, ich spiele Summoners War eigentlich noch gar nicht, habe mal überlegt, ob wir das mal, äh, uns anschauen, als Video, aber ich habe es noch nicht getan, aber es ist ein anderes Thema, wir sind ja hier mehr, äh, in Richtung Guide, so, den hier holen wir uns, zack, leveln wir auf, bringen wir drauf, ein Krieger fehlt mir noch auf dem Feld, dann sind wir soweit eigentlich durch, den Piraten, Käpt'n hätte ich halt dafür gerne, und da ich jetzt halt immer so viel Gold gespart habe, das ist jetzt das Besondere, in niedrigen Rängen, es ist wichtig viel Gold zu haben, schaut euch das mal an, wie dumm, oder nicht dumm, oder wie unwissend, die meisten Leute hier in dem Game sind, der erste Platte hat nur 26 Gold, das ist Stufe 7, der hier ist auch Stufe 7, 32 Gold, Stufe 8 hat sich vielleicht runtergelevelt, ist auch nicht so klug, Stufe 6, 10 Gold, Stufe 8, 4 Gold, Stufe 7, 50 Gold, der hier ist noch gut dabei, der hier hat noch, dieser Normender, der hat noch eine gute Chance, das Game mitzuholen, und ich im Moment, vom Gold her, weil die anderen Leute, haben einfach sich, eher lieber bessere Einheiten geholt, wir haben dafür in Kauf genommen, dass wir vielleicht eher mal verlieren, deswegen macht dieser Quick uns auch gerade noch, obwohl der glaube ich nur Stufe 6 ist, ne, ne Stufe 7 ist der, und hat kein Gold mehr, oder hat viel geroid, und deswegen macht der uns, weil er viel stärkere Einheiten hat als wir, aber, im späteren Spielverlauf, werden wir die Person sein, die stärkere Einheiten hat, einfach aus dem Grund, weil wir nicht die ganze Zeit hier drauf drücken, jetzt machen wir es einmal, weil es passt, ah, wir machen es noch einmal, wie wir sehen, hier ist nichts dabei, dann leveln wir hier schon mal einmal, so in zwei Runden, können wir ruhig aufleveln, müssen wir mal schauen, wie es aussieht, äh, ja, meiner Meinung nach, es überfällt schon ganz schön fein, der Task stört mich gerade halt nur ein bisschen, ähm, den würde ich gerne aufleveln, den Werwolf würde ich gerne aufleveln, und ja, den Rest natürlich auch, aber, ähm, es werden schon mal so ein paar Grundvoraussetzungen, die mir wichtig wären, das ist halt gerade auch das Problem, was wir haben, hm, also ich sag mal so, wenn wir Stufe 9 haben, wir haben ja noch diesen Schwertkämpfer aufwand, den wir dann erstmal drauf bringen, einfach nur für die neuen Krieger, ne, weil ja anstatt 12 Rüstungen, plus 5 plus 7 sind 12, ne, plus 9 nochmal drauf, haben wir 21 Rüstungen auf jeder Einheit, wenn wir natürlich viele Gegner hätten, die Magier gehen würden, wie er hier, er hat Magier-Kombo, ne, beim Magier-Kombo, geht ihr einfach, wie gesagt, die Meeres-Kombo mit rein, ihr könnt dann auch später einen Tsunami-Jäger oder irgendwie sowas spielen, ähm, auch sehr stark einfach ohne Hunter-Kombo, ohne alles, einfach nur den rein und gut ist, so, den haben wir einmal aufgelevelt, das, das wir verkaufen, den auch gleich wieder, zack, ähm, beiden, die Einheit ruhig erstmal, die stört uns gerade nicht, leveln hier zweimal auf, hiervon wollten wir eh nichts kaufen, ist nichts dabei, was wir gebrauchen können, und ja, nächste Runde kann ich wahrscheinlich noch nicht aufleveln, außer ich gehe auf 40 Gold runter, das muss ich mir überlegen, werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich noch 68 Leben habe, wenn ich jetzt nur 30 Leben hätte, oder so, hätte ich es gemacht, aber so, ähm, lohnt es sich glaube ich noch nicht, so bin ich glaube ich relativ fein, und ja, wie ihr seht, es lohnt sich eigentlich mehr aufzuleveln, anstatt mehr Gold zum Rerun auszugeben, weil die stärkeren Stufe 4 und 5 Einheiten, viel stärker Stufe 2, als Gold 1 und Gold 2 Einheiten, logischerweise, und wenn wir jetzt, ähm, einen Berserker, einen Doom, oder später dann noch den Piratencaptain, Stufe 2 kriegen, vor anderen, weil die anderen eher andere Einheiten präferiert haben, sieht es natürlich sehr, sehr gut für uns aus, hier über den Klaue, über die Einheit habe ich geredet, habe ich überlegt, ob ich die vielleicht erstmal mit reinhole, und, ähm, ja, ich fände jetzt zum Beispiel nicht hier, den Task rausnehmen, und dafür ihn erstmal reinbringen, weiß nicht, wie viel mich das, ne, ob mich das überhaupt weiterbringt gerade, aber, ähm, erstmal können wir es machen, jetzt können wir eh noch nicht auflevenen, wir hatten hier noch eine teure Einheit dazu gekauft, von daher, äh, stört uns das nicht, den mal nach da, zack, so, ich habe ehrlich, das im Moment stärker, als, ähm, der Task, ne, wegen der Biest kommen, und neuner Krieger, wie gesagt, haben wir noch nicht, und vielleicht leveln wir den ja auch nochmal auf, hat er gespawnt, oh, er hat gespawnt, hier, sehr, sehr schön, haben wir sozusagen eine Einheit mehr auf dem Feld, und die wird auch nicht gefokust, hat sehr, sehr hohen Schaden, muss ich mal sagen, bleibt aber auch sehr, sehr langsam an, okay, ja, ist in Ordnung, so, hier unser Wolf, macht den, sehr schön, den Herbert hier, wo ist er da, den besiegen wir auch, ne, Winden sind wichtig, Kriegesserie, weiß gar nicht, ne, ich habe gerade eben sogar noch verloren gehabt, ne, aber wie gesagt, ist ja im Moment noch in Ordnung, der Sturm Schamane würde, was bringen wir alle für Cave Clan Einheiten haben wollen, würden machen tun können, ne, ich gut Deutsch, und, äh, wie gesagt, wir sind zu fein, wenn wir gleich aufgelevelt haben, nehmen wir die Klaue hier erstmal wieder runter, die können wir vielleicht in Stufe 10 wieder drauf bringen, oder, äh, wir wollen halt wie gesagt, welchen eine 4er-Biest-Kommo auf, aber darauf sehe ich mich nicht wirklich, eine 4er-Biest-Kommo ist nicht wirklich das, was ich will, ich möchte halt gerne noch den Piraten-Captain ziehen, und, ähm, mich an dem erfreuen, anstatt hier so einen Quatsch zu machen, und, ja, den Klaue, den könnte ich eh nur Stufe 2 machen, ich glaube, auf Stufe 9 werde ich mehr Reroyen, aber wenn ich dann 9 Krieger auf dem Feld habe, bin ich eh fein, ich könnte sogar mit Stufe 10 10 Krieger draufbringen, wenn ich das wollen würde, hmmm, uff, die kriegen wir aber aufs Maul von den Erstplatzierten, wie gesagt, der ist ganz schön stark, mal gucken, wie viel Gold der jetzt noch hat, oh, der hat wieder 40 Gold gespart, okay, läuft bei dem, der hat auch nur Krieger und Gotteinheiten als Kombo, ähm, und hat dann halt so Einzeldinger dazu gestellt, sieht ganz stark aus, oder fühlt sich auch stark an, gegen zu spielen, aber, ja, was soll ich sagen, so, den hauen wir raus, den hauen wir doch erstmal wieder raus, ne, wie gesagt, dafür bringen wir den Task drauf, ich bring die beiden nochmal mit, jetzt sehen wir auch noch drauf, zack, 9er Krieger Buff, Cave Clan Buff, Beast Buff, einen Demon haben wir nur, jetzt würde ich gerne noch den Piraten Captain, oder halt später noch einen Tsunami Jäger, oder eine Sirene, einfach nur im Leitmeeresvolk zu gehen, oder, ähm, ich möchte vielleicht, können wir hier auch noch hier, Gletscher gehen, oder, Geist kann nicht gehen, oder halt Mensch über den Piraten Captain, ne, würde ich halt am liebsten gehen, dann müsste ich gucken, welchen anderen Krieger ich rausnehme, oder ob ich halt wirklich 10 Krieger gehe, das ist nicht, war nicht so mein Ziel, eigentlich würde ich gerne den Schwertkämpfer behalten, mit sowas wie den Geist des Felsens vielleicht rausnehmen, obwohl ich ja sagen muss, oh, meine Stimme, Entschuldigung Leute, wo ich ja sagen muss, äh, ich könnte natürlich auch noch, ähm, geistet, äh, dunkelheit oder finsternes nehmen, ich weiß nicht, wie er gerade heißt, ich könnte man natürlich auch noch mit reinbauen, aber ja, mal schauen jetzt, jetzt geht halt die große, ähm, Reroy-Show los, Reroy-Wald viel, um zu gucken, hier den fertig, zack, hier ist nichts dabei, oh, den Gott, äh, ne Gott des Donners, ist eine coole Einheit, meiner Meinung nach, aber können wir leider nicht zum Anfang, den nehme ich nochmal mit, den hier verkaufe ich, weil wir haben auch eine höhere Chance auf Stufe 2 Einheit, anstatt auf Stufe 1 Einheiten, deswegen nehme ich hier lieber die Stufe 2 Einheit mit, in dem Falle, wenn du kriegst du da mal auch schon durch, da probiere ich lieber hier den Meereswächter nochmal durchzukriegen, oh, der hier ist auch für den Kriegerkommo gegangen, aber wir haben sie halt schon auf 9, ne, eigentlich müssten wir das holen können, aber, ne, man weiß nicht, unser Doom wurde übrigens von ihm gedoomt, das riecht auch nicht so geil, oh, lol, wie ich auf die Fresse fliege gerade, aua, der macht mir ordentlich Schaden, ich weiß nicht, was der für, wie der sein Feld so stark aufbauen konnte, aber, aua, der macht mir Schaden, da können wir gleich mal vorbeischauen, der hat hier 6 Krieger gebaut, 2 Biest, Druiden hat der mit reingebaut dafür, der dachte sich, er baut einfach Druiden mit rein, oh, unser Werwolf geht fertig, sehr wichtig, hier rerollen wir auch weiter, hmm, aber so wirklich, hier die habe ich überlegt, noch mit reinzuholen, das ist natürlich gerade eigentlich ganz doof, aber ne, wir holen sie, und verkaufen ihn ja dafür, so, jetzt würde ich gerne den Berserker fertig kriegen, den Tusk, und den Weltuntergangsrichter, alle drei gerne Stufe 2, dann läuft es schon mal besser für uns, und dann müssen wir mal schauen, wie wir, was aus dem Feld noch mit Stufe 10 machen, die wäre halt eine gute CC-Maschine auch, den Piratencaptain hätte ich halt gerne, ich weiß nicht, was ich rausnehmen soll dafür, nehme ich den Red X schief raus, mein wahrscheinlichsten gerade, das ist gerade am wahrscheinlichsten, dass ich den rausnehme, ohne Stahlrüstung, sehr gut, gehen wir hier auf den Kriegsgott drauf, ne, gutes Itembild meiner Meinung nach, hat er jetzt schon, ähm, na, haben wir ihn jetzt, ne, wir haben den hier natürlich fertig, ist auch nice, was schon besser, als den anderen jetzt noch dazu zu ziehen, hier nehmen wir die Sirene wieder mit, zack, und das Einhorn selbstverständlich, und ja, abwarten, Tee trinken, und gucken, ab wann wir wirklich Euden gehen müssen, müssen wir mal schauen, wir haben ja noch 45 Leben, ich vermute mal, so die nächsten Runden, wir wollen es vielleicht langsam, aber sicher doch nochmal durchsetzen, also ich hoffe doch drauf, jetzt sehen wir hier mit weiter nach außen, zu den anderen beiden Kollegen hier, so, unser Task stört mich halt so, dass der, wir haben ja eine Goldeinheit drauf, das ist so eklig, ich mag das nicht, wenn man sollte so eine schwache Einheit dann noch mit auf dem Feld hat, so, der macht uns auch, glaube ich, oh, come on, so, der hat uns auch gemacht, ich überlege halt die ganze Zeit, wie ich mein Feld umstellen möchte, ne, aber ich finde keinen richtigen Weg, Problem ist halt, dass wir zu viele Kriegerspieler waren, und andere vielleicht ihre Krieger, besser hochgekriegt haben, hier, Krieger, Krieger, Krieger oben auch, alle sind hier Krieger mit reingegangen, so, Einheiten ist auch immer doofer jetzt hier, oh, aber der geht fertig, und der hier auch, wir haben jetzt alle unsere wichtigen Einheiten fertig, bin ich doch glücklich drüber, den haben wir doch nochmal raus, wir werden jetzt doch erstmal wieder auf Level gehen, weil wir alle Stufe 2 haben auf unserem Feld, und ja, wir müssen gucken, wie wir unser Feld vielleicht nochmal klug umbauen, die Sirene würde ich jetzt erstmal gerne mit drauf bringen, und dann schauen wir mal weiter, ich kann es halt im Late Game halt mit den Stufe 5 Einheiten noch so viel machen und anstellen, wir müssen dann halt nur gucken, äh, was wir ziehen, ne, ja, hier stumpfen wir jetzt glaube ich gerade drüber, über den Erstplatzierten, schon mal sehr, sehr gut, ja, da kommen wir auch richtig gut durch, weil wir jetzt alle Stufe 2 haben von unseren Einheiten, schaut euch an, was es bei den Kriegern für ein Different macht, ein riesen Unterschied, wir wurden, ah, der konnte sich auch nicht treffen, denn nur Männer gegen uns, das ist schon mal gut, wenn er sich nicht treffen konnte, am Herzen, dass sich keiner gegen uns verteidigt, so, haben wir noch einen Magierspieler drin, ja, der hier, der ist Magier, der ist im Moment wahrscheinlich auch sehr, sehr stark, der ist alle vier Geister gegangen, bei dem haben wir vielleicht ein bisschen Respekt, deswegen, wenn wir da wirklich noch das Meeresfolk aufbauen, ne, hier so ein bisschen Magieresie, kann nicht schaden, 30% reicht einmal, doppelt braucht man es nicht, finde ich, ist ein bisschen übertrieben, haben sie ja auch in Dota Autosches rausgenommen, weil, ja, da wollte man das auch nicht so, und ich finde, das ist auch die richtige Entscheidung, ähm, jo, oh, der hier zieht ganz schön ab, hm, mein Berserker kommt nicht richtig in Fahrt, irgendwie, dem fehlen auch noch eigentlich Items, Piratencaptain habe ich immer noch nicht gesehen, ne, stärkert mich auch, ich beleg gerade, ob ich jetzt all in gehe, ich glaube schon, 16, 20, das passt, ja, das passt, wir können jetzt all in gehen, so, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr so viel Schaden, äh, kriegen, und, ja, unser Feld langsam halt finishen, ist natürlich auch ein bisschen negativ, wenn man das so, da fällt, das so langsam finishen, weil, ja, es hat uns irgendwie noch an einer Einheit, so ein bisschen gehapert, ne, hier ist nichts, ich muss halt so ein bisschen aufpassen, dass ich die Figur nicht aus Versehen re-rolle oder so, den nehme ich mal mit, oh, da ist sie schon mal, sehr schön, ich würde jetzt gerne zur Sicherheit ihn auch noch mal mitnehmen für Mobrunden, äh, Mobrunden habe ich ihn dann lieber drauf, so, ja, toll, ne, was will ich denn hier noch alles ziehen jetzt, zack und zack, nehme ich mal mit, so, hochsparen werden wir uns eh nicht mehr, wir werden jetzt einfach nur noch alles kaufen, was wir sehen können, und hoffen, dass wir damit halt stark genug sind, hier seid wir auch gut durchkommen, ähm, die Sirene müsste ich eigentlich in die Frontline packen, aber, ja, ich weiß noch nicht wie, so, der hier hat auf jeden Fall den Piratenkäpten, hier und da mal, müssen wir mal schauen, was wir dagegen noch machen können, und, äh, hier, oder, wir haben ihn mit elf Einheiten auf seinem Feld gemacht, wir haben ihn gekickt, wir haben ihn einfach rausgeworfen, ey, mit elf Einheiten, aua, oh, wir nehmen hier die nochmal mit, das verhefte ich sie nochmal aufzuleben, was wahrscheinlich auch nicht passieren wird, wir können hier auch übrigens das hier geben, äh, jetzt ist es nämlich auch so, ich würde sie gerne irgendwie hier nach vorne mitbringen, äh, den Doom vielleicht nochmal ein bisschen nach hinten, weiß noch nicht, wo geht der, obwohl, geht der hier vielleicht ein bisschen mit, oder so, ich weiß nicht, wo ich den Doom am besten platziere, jedenfalls ist es eine Ulti, auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, wenn er jetzt mal ultet, oder sein Damage insgesamt, ach ja, hier ist eh mal Bründe, ich weiß nicht, wenn das Game, würde ich sich bis Runde 40, ne, es würde sich nicht bis Runde 40 ziehen, ey, das ist Quatsch, werde ich nicht mehr brauchen, hier ist noch ein Meereswächter, oh, da ist er endlich, der Piratenkönig, jetzt, jetzt kommt er, hm, würde ich echt gerne gehen, zack, so, oh, noch eine Sirene, oder Sirene, ich überlege gerade, wartet mal, wir kombinieren erstmal, hier haben wir noch ein Damage Item, das können wir, oh, auf den Kriegsgott kombinieren, oder, wir packen das, auf zum Beispiel ihm hier, wir kombinieren das einfach, und den Ring, packe ich einfach irgendwo anders hin, so, die nehme ich nächste Runde mit, und, ähm, ja, ich glaube, der Red X-Tier muss dran glauben, ne, oh, unser Doom kommt gar nicht in Fahrt, okay, das muss ich umsetzen, die Sirene muss eigentlich doch wieder anders hin, oder, hm, wie mache ich das am klügsten, ja, wenn was in die Backline kommt, ist der Doom halt zur Stelle, ne, das hat der Different dann, vielleicht setze ich ihn einfach neben meinen Berserker, um ihn zu beschützen, das könnte ich noch machen, da könnte ich ihn noch mit hinsetzen, glaube ich, da wäre auch, äh, wirf, wenn man Gegner dann reinspringt, ne, dass wir einfach sagen, okay, da bolzen wir den halt da erst um, so, oh, der Herbert, macht der mich, oder mache ich ihn, er macht mich, okay, er macht mich hier, so, 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 gib mir mein Basisgold, zack, aufgestiegen, so, vielleicht sollten wir hier echt so ein bisschen, äh, unsere Grüppchen anders bilden, so, die drei nach hinten ruhig, das sollte doch noch passen, wo, ich würde echt gerne ihn rauskicken jetzt, ne, zack, wir haben wieder die Krieger-Kombo, jetzt haben wir aber auch hier die Menschen-Kombo, ist vielleicht ganz nice, so, packen wir mal so hin, vielleicht rennt unser, rennt unser Dummets hier eigentlich rum, ja, ne, okay, er rennt da rum, dann setzen wir ihn auch gleich wieder nach vorne, die Sirene haben wir hier noch beim Berserker, ist ganz nice, und, oh, über den sollten wir eigentlich gut rüberkommen, weil, ja, Mages uns zu bringen, hat nicht mehr so viel gegen uns, da haben wir uns gute Resistenz-Night geholt, ich hoffe, das Positioning muss ich nicht noch weiter drauf eingehen, ne, ich habe alles so gesetzt, wie ich es gesagt habe, ungefähr, also, ein bisschen jetzt im Nate-Game habe ich mich noch ein bisschen, äh, getauscht, geändert, ein bisschen auf Gegner geachtet, deswegen haben wir jetzt die dazu geholt, und wir sind halt stumpf noch ein Krieger gegangen, ich glaube, das Game hier ist echt ein gutes Musterbeispiel, so, er hier kämpft noch gegen mich, ich habe ihn sogar gemacht und rausgeworfen, gegen den anderen bin ich auch gerade stärker, oh, den müsste ich jetzt eigentlich fertig holen, ne, ich bin so ein Lacker, ich bin so ein Lacker, komm weiter in die Mitte, jetzt hier, du kommst nach außen dafür, aber ich setze ich lieber mal so hin, äh, den hier mehr mittiger, den dafür weiter außen, die beiden komplett in der Mitte mit, äh, der sollte auch wieder von außen weiter angreifen können, ich hoffe, so ein bisschen, meine Theorie sieht man jetzt auch in der Praxis, den Berserker, es kommt ja darauf an, wo man den hier hinten reinsetzt, ich bin da von mittig gesetzt, äh, muss man halt vielleicht auch ein bisschen abwägen, die Assassins hier kommt nicht vor, gesprungen wird, doch der hier, die hier beschützt zum Glück, mein Berserker hier, der Berserker ist mir auch heilig, die hier kann, die Sirene ist ein bisschen unwichtiger dafür, auch wenn sie den CC mitbringt, äh, joa, das sieht ganz, ganz gut aus für mich, meiner Meinung nach, ah, du tankst das noch ganz gut, hast nochmal, oh ne, das sieht doch nicht so gut aus, aber, äh, ich weiß nicht, wie gut ich auf seinem Feld sein werde, also auf meinem gewinn nicht gerade noch so, auf seinem Feld habe ich mit 5 Einheiten gewonnen, what, ich habe mit 5 Einheiten eben platt gemacht, okay, das ist schon heftig, das ist schon heftig, die Tasten nehme ich nicht mit, ich habe nur noch 2 Einheiten, die ich gehen würde, das sind nämlich die beiden, zack, hier, kaufen wir den einmal weiter, vielleicht, vielleicht eigentlich nur noch auf sie gehen dann, oder, soll ich nur noch auf sie gehen, holen wir jetzt nur noch eine einzige Einheit hier durch, zack, weiter kommen werden wir nämlich eh nicht kommen, für einen von beiden musste ich mich entscheiden, habe ich jetzt für sie gemacht, ich könnte auch den Tsunami-Jäger mitnehmen, aber das Problem ist, den kann ich nicht in die Backline stellen, meine Frontline ist halt schon voll, ne, kleines Problem, mal gucken, ob er sich umgestellt hat, oder ob er denkt, Never Change Losing System, sehen wir jetzt gleich, habe ich nicht so drauf geachtet, eigentlich müssen wir uns den Gegner anpassen, aber, oh, hier, die ist nice, schön alles gestand, ui, jetzt kommen wir auf unserem Feld auch mal schön stark durch, ui, 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 jetzt haben wir hier viele Einheiten übrig, meiner Meinung nach, vielleicht kann ich noch für ein Item vergessen, ups, ups, das Item war vergessen, irgendwo drauf zu packen, nächste Runde, oh, jetzt kommt der Drache, danach ist das Game rum, hoffe ich mal, ich hoffe mal, so kann man sich das Game, ähm, jetzt bezeichnen, schon als, hoffentlich gewonnen, weiß nicht, ob das schon zu überheblich ist, aber ja, so Drachenrunde, ganz wichtig, ihr packt eure beiden Backline Einheiten, wenn ihr zwei habt, ein bisschen weiter auseinander, ähm, doch, ne, so ruhig hin, weil der Drache, macht Flächenschaden, hier kommt, wir packen sie komplett nach außen, ähm, und der wird erst eine Seite fokussieren, dann die andere, in der Drachenrunde ist, dieser Positioning, äh, das Positioning, was wir jetzt gerade haben, mit am besten, was natürlich, ihr habt noch ein paar Tanks vorn und hinten alle, äh, Fernkern, man sieht ja, wie unsere Einheiten sich rumziehen und er macht den Kriegsgolf, wisst ihr, also guck mal, wie wir den Drachen hier einfach umbolzen können, so, das sieht, das sieht lustig aus, wie neun, äh, oder wie acht Krieger da rumstehen, äh, im Kreis um ihn rum, oder im Viereck oder so, den umbolzen, uh, uh, wo hat, wie hab ich das denn gerade gesaved, wie hab ich denn die Hand hier gerade gesaved, lol, oh, hier ist nochmal die, also wir haben sie auch fast Stufe 3 bekommen, äh, teleportieren, wen hätte ich denn gerne in der Backline, ich könnte ihn einfach rein teleportieren, sieht komisch jetzt aus, ne, warum sollten wir, aber ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, ihn einfach rein porten, so in die Backline, so dass seine Assassin's vielleicht gar nicht so weit springen, ich glaube, das machen die dann auch nicht, oder? Guck mal, er portet sich wohin, oh, er springt einfach rein, okay, dann halt so, unser Berserker steht hier perfekt, ich hoffe, ähm, ja, mit der Sirena-Ulti, oder Sirenen-Ulti, wie heißt die jetzt, Sirene, ich sage immer Sirena, ich weiß nicht warum, ich immer mit meiner eigenen Sprache, meinen eigenen Namen, hier, wie ihr seht, wir stoppen hier gut drüber, wir haben das Game komplett geholt, mit den Kriegern, ich hoffe, ich konnte das euch gut zeigen, und simulieren sozusagen, hier, war ja auch ein Ranglustenspiel, seht ihr ja auch gleich, dass es hier um Rangpunkte ging, das sollte das Game hier gewesen sein, ich weiß nicht, ob ich noch re-rollen kann, konnte ich, habe keine Sirene gefunden, gerade drum, ne, ja auch nicht, oh, da hat er sich verteidigt, oh, er hat mich gemacht mit einer Einheit, okay, er hat hier nochmal rausgelackt, ich wollte hier schon zeigen, ne, wie alles ist, oh, er hat gegen mich gewonnen, auf seinem Feld, äh, never change a running system eigentlich, es läuft, äh, die vielleicht hier nach außen, außen, dass er hier hinten da irgendwo reinkommt, findet er wieder ganz gut sein, hier mit dem Teleportierding, müssen wir jetzt mal ausprobieren, wieso hat er denn nämlich mit einer Highlight, auf seinem Feld gemacht, so, jetzt fordert er hinten rein, na, ja, da, zack, ist er drinnen, äh, macht hier, glaube ich, ordentlichen Schaden, wenn er ultiert, kann er auch kein Magical Damage kriegen, ich glaube, der ist echt gut reingegangen da, muss ich ja sagen, das gefiel mir, das Schiff hier kommt ganz gut, also, wenn ich die Sirene, also, wenn er jetzt doch weiter überlebt, und mich delft, dann geht es wirklich noch bis Runde 40 oder so hoch, wo es dann entschieden wird, ey, heftig, aber hier, wir machen ihn halt auf unserem Feld jedes Mal, ne, so, jetzt haben wir so eine 5er Winningstweg, und auf seinem Feld, okay, wir haben ihn endlich gemacht, Games rum, ich hoffe, ich konnte euch die Krieger kommen, ein bisschen näher bringen, ich hoffe, jetzt halt viel Theorie, ne, jetzt zum Ende hin, hatten wir noch ein bisschen Gameplay, und ja, da kann man halt leider auch nicht so viel erklären, so, jetzt bin ich endlich mal ein bisschen aufgestiegen, wie gesagt, ich bin noch nicht hoch von Rang, weil ich wenig Autosches Mobile gespielt habe, aber insgesamt, nur wenn er nicht, dass er denkt, oh, der ist ja nur Springer 5, was will der uns hier erzählen, äh, ja, wie gesagt, ich habe halt nicht viel Autosches Mobile gespielt, ich bin jetzt auch erst Stufe 10, ich weiß gar nicht, kann man hier auf meinem Profil, das, ja, ich weiß, das bist du, sagt das Spiel, das weiß ich, auf Details oder sowas, das sagen hier, 17 Ranglistenspiele, Siegesrate liegt bei über 50% davon, und Top 3 Rate auf über 80% durchschnittiger Rang ist, Platz 2, also ich weiß nicht, ich glaube, äh, so ein bisschen was kann ich ruhig erzählen, ich glaube, Bishop werde ich dieses Season auch noch machen, auch wenn es noch ein bisschen dauern wird, das nur so als Info für die, die es wissen wollten, und, ja, ich würde es einmal sagen, nur, danke fürs Zuschauen, danke, ähm, dass ihr euch das Guide hier angeguckt habt, das geht jetzt bestimmt ungefähr eine Stunde oder sowas, ähm, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, was soll ich noch verbessern, was hat euch so ein bisschen gefehlt, und, ja, dann müsst ihr nächstes Mal Leute, haut da rein, und tschö tschö.